Das ist unser Schicksal, Nathan. Du und ich zusammen. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Wer würdig ist, den erwartetes Paradies. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Er ist für dieses Leben geschaffen. Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern. Wo wir es nicht dürften. Schade, dass wir Gegner sind. Ich bin ein Mann des Glücks. Und ich muss mein Glück suchen. Also, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Festhalten, Nathan! Wo ist das Artefakt? Achtung! Los, los! Ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Wie lange jagen wir diesen Traum schon? Lange Zeit. Wirklich lange Zeit. Nur du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen es nicht. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzuhören. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Vorsicht! Hör zu, Nick. Ich mache dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim. Lebst dein Leben. Oder wir beenden es gleich hier. Es muss eine andere Lösung geben. Ich brauche dich dafür. Slam! Hey, hast du dich schon mal gefragt, wo wir heute wären, wenn wir... Nein. Mir gefällt unser Leben. Ich brauche dich. Bist sie' quieten und rufe deinen Geist. Slam! Ich verbgere dich.